Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harleworld. Ich habe hier zufällig mal reingeguckt. Oh, Waffenfließband. Okay, Waffenfließband. Wo war das? Hier. Äh, 20 Nägel. Okay. 20 Nägel. Ne, da. Nägel. Das wären dann 10, ne? So, 20 Nägel. Hm, das wären dann 20 Eisen. Ah, fehlt mir ja gleich wieder das Eisen. Oder? Waffenfließband. Ja. 10, 10 Eisen. Okay, kann ich die rausnehmen? Ja. Sind 8, 11. Sollte reichen, ne? Hm, Waffenfließband. Jo, nur noch die Nägel. Sind die Nägel fertig? Zwei sind fertig. Mann. Komm, ich helfe mal lieber. Hallo? Hat gedauert, bis hier jemand helfen kommt. So, jetzt mal, ne? Jetzt reicht's. Waffenfließband. Jo, hau ich. Kommt mal... So, hier vorne hin. Langsam wird der Platz hier eng. Hm, oder packe ich's dahinter. Packe's mal hier dahinter. Ja, vielleicht ein bisschen... Nein. Ja, schwierig. Schräg. Nee. Hier kommt das jetzt hin. Äh, ich lasse ein klein wenig Luft. So. Dann kann man hier noch durchlaufen. Ja, da kann man noch durchlaufen. Ja, ganz so. Perfekt. So, das könnt ihr ja jetzt machen. Ich gucke mal eben, was das andere war. Ah, ich glaube, ich weiß, was das andere war. Ähm. Das Ding, ne? Was brauche ich? 20 Zement. Mach ich doch. 20 Zement. Zement. Also zweimal, ne? Kommt alle her. Helft. Hopp, hopp. Oh, Mann. Bis gleich. Mann, 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 Mann. Und... Hier ist ein Palbad. Mach ich das andere hin? Daneben? Ja, hier ist ja noch Platz. Okay, Palbad. Oh, das ist aber nicht gerade winzig. Können die noch da durchlaufen? Ich mach's mal so. Sollten da durchlaufen können, ne? Ja, ja, macht. Ja, ja, macht. Die Palme fehlt noch. Äh. Die hämmern an der Palme rum. Und nu? Wer hüpft als erstes rein? Ich. Perfekt. Kann man hier noch durchlaufen. Ja, kann man. Oh, der reinschöffelt. Das ist ja kein Wunder. Dass da das Essen nie reicht. Okay. Haben wir. Jetzt kann ich meine Palbox erhöhen. Ja. Ähm, mögliche Lager. Nee, bei 15 kann ich drei Lager bauen. Okay, super. Baue, verbesserte Hochofen. Äh. Hab ich das schon? Verbesserter Hochofen. Ja. Nee, ich glaube nicht. Kommt der hier? Doch da. Ich brauche noch ein paar Pünktchen. Ein paar Pünktchen bräuchte ich noch. Wo ist mein Pali? Dann tun wir noch mal mit. Und warte. Wir gehen noch mal hier hin. Fang den. Und dann bin ich ja Level 35. Hoffe ich. Wenn ich den fange. So, wo genau ist es? Aber hier hoch, ne? Irgendwie. Hallo. Was denn hier? Fliegende Steine. Bin ich jetzt richtig unterwegs? Ja, bin ich. Joi. Ja, gut. Dann nehme ich den Fliegepal mit und, äh, ja. Fliege nicht. Ja, jetzt kann man das da hinten auch besser sehen, ne? Ja. Hi. Ihr wollt mir, wat? Okay, dann. Habt's leider Pech gehabt. So, mach die fertig. Au. Oh, ist er kaputt? Warte. Ja. Hackenhaft. Nicht zu fassen. Er ist kaputt. Hat nur noch ein bisschen gestanden. Okay. So. Wo ist jetzt das Viech? mehr in diese richtung so jetzt müsste es doch gleich irgendwo auftauchen macht die kaputt ich schieße an und du machst fertig genauso habe ich mir das vorgestellt ok jetzt ist hier schon wieder nicht da wo ist denn und hier das kaputt gemacht aber ich bin noch hier richtig natürlich bin ich hier richtig man das nervt ja schon so ein bisschen wie komme ich jetzt an das ding ran wir gehen mal in die richtung gleich hier unten lang nicht ja auch noch was kommt das dann wieder wenn ich hier aus dem umkreis rausgehen oder wenn ich nach hause teleport hier die karte hause teleportiert wo wollte ich denn hin dahin also geht es hier lang misst naja da ist ja direkt so ein teleporter dingens mehr von denen ja das sind noch mal die bunnies ist nix eine höhle wäre man nicht übel ein wunderhübscher see nicht hier wollte dahin die mal dahin karlsäle wo laufe ich jetzt lang zu dem kleinen ok zu dem kleinen plateau hier oben die wieder ok fuchs da ist er wieder da ist er wieder macht jetzt nicht den dicken kaputt den will ich fangen aber die kriege ich ja nicht kaputt wo sind der dicke weiterer unterdrücker das ist er ne glaube ich mal eine rüstung die hat nicht funktioniert den doch nicht nein den nicht und sammeln den ob jetzt weiterer unterdrücker ich auch noch da hinten den wollte ich noch den schützen mach schon ein jäger und ein schütze ja perfekt oder warte ich lass dich noch schnell raus moisilein ja der ring ist schon nicht übel da bin ich jetzt level 35 33 33 ich muss 3 waren das 34 oder 35 34 muss ich werden ok was fehlt man noch ein bisschen was ok ja warum sie wegen dir weil der flammenwerfer ok den habe ich auch nicht den brauche ich den brauche ich weiterer hukie fehlt mir noch siehst du meinen kopf ja 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 ob mach ein so eine rüstung ist kaputt mach schon jo eingefangener mensch auf paar was wird das einfangen von menschen eingefangener mensch ähm ja ok hinter mir ne die richtung glaube ich oder gehen wir erst dahin und dann dahin da gehe ich auf jeden fall hin denn da geht es weiter so meine rüstung ist jetzt wieder voll ok mein leben tickt auch wieder hoch sehr schön wo genau war jetzt dieser turm hm 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 ein öff ist das da ne der ist doch schon ne den habe ich der ist hinter mir häh hier oben ne hier oben war ich doch ne hier oben war ich doch naja hier war ich mhm ok die richtung hallo lammbällchen da muss ich halt noch mal wieder kommen äh 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 was ist irgendwo hier unten ne äh ich blind da ok aber da hinten ist sogar eine arena perfekt und du hättest jetzt die backen dicht perfekt oh aber da muss ich nochmal hin ne ok gut wir gehen erstmal wieder nach hause räumen alles aus mhm mit er ne das hier kleine pal seele passt die hier rin passt darin aber die gehört nicht darin da gehört sie rin so ein eisen ei kann hier rin so machen wir dazu also wenn ich das nicht brate hält das überhaupt nicht lange ähm mhm mhm ich hab eins davon zwei davon pfff ah wir machen nochmal ein paar maximal mach mal 251 Mehl hahaha uiuiui das ist viel ne ähm Spiegel-Eier ich hab 245 Spiegel-Eier äh eier mach mal die maximal 133 ok ah Mehl geht nicht kaputt ne rote Beeren schon na gut dann mach halt gut das glaube ich da hinten viel fressen und hier sich ausruhen ist ja nicht zu fassen Mann 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 unmöglich gut da bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dahin gehabt euch gut und tschüss hm